wir müssen soweit ich weiß das kind dreimal zum lachen bringen das ist glaube ich einmal wenn wir auf den wecker starren dass er weitergeht einmal wenn das telefon klingelt und irgendwie über sprach aktivierung funktioniert auch da muss ich dann höchstwahrscheinlich kurz die settings etwas umstellen übrigens die demo ist kostenlos grimmig hier tut sich nichts hier tut sich nichts komm schon 0 0 springt auch auf 0 0 1 nicht sollte es aber auf jeden fall eine schöne puff beleuchtung ne fühle ich mich gleich wie zu hause funktioniert nicht funktioniert nicht funktioniert nicht wir sind in der hölle wenigstens können kein blut mehr von der decke na so ich würde sagen wir gehen einfach weiter und sehen was ist erwartet keine taschenlampe mehr und wir sind etwas schneller augen wo ist das baby weg hier war ich noch nie wo ist das baby weg Ja, es sieht immer irgendwie anders aus, ne? Alter, wo bin ich hier? Was ist das hier? Es ist schräg. Hat das jetzt kein Ende mehr, oder was? Woah, Flash! Ah, the end of the music, dere, dere, bam, bam, rababam. Flash! Aha! Ich lauf im Kreis, ne? Hier tut sich gar nichts, ne? Was mache ich hier jetzt? Bis ich gefressen werde, ne? Von der... ...Ollen, ne? Woah, das ist wirklich heftig. Würdet ihr euch trauen, das Spiel zu spielen? Vielleicht bekomme ich so weg. Ich sehe ein Loch. Vielleicht zieht es zurück. Was mache ich hier? Das hat doch kein Ende. Ich laufe im Kreis, ne? Ja, wie gesagt, das... Ich kenne die Stellen noch nicht, ne? Aber... Ja, was mache ich jetzt? Irgendwas ist mit der Musik. Ich sehe ihn, das Auge. Schräge Scheiße ist das hier. Kann ich zurücklaufen? Oder muss ich geradeaus? Hier tut sich gar nichts, ne? Was mache ich hier nur? Soll ich zurücklaufen, oder? Irgendwie verändert sich was. Ich laufe jetzt einfach mal im Kreis, ne? Ist ja schlimmer als die... Die Karte, die Regenbogenkarte beim Mario Kart, ne? Meine Stimme kannst du hören, dieses Zeichen. Ja, ich sehe aber das Bild jetzt nicht, ne? Wären die Bilder immer weniger, oder täuscht das? Ich glaube, das täuscht, ne? Also kaputt, da meine ich, ne? Wo geht's hier weiter? Das ist schräg, ne? Jetzt könnte die Alte kommen und mich endlich umbringen, ne? Andere Richtung. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Lasst mich raus. Nein. 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 Wow. Das gibt's doch nicht. Oder hat's was mit dem zu tun? Muss ich vielleicht Lange in den Spiegel sehen? Glory Hole. Glory Hole. Es wird verschwommen, ne? Okay, ich hab' kein Spiegelbild mehr. Banano und Schokolado. Aber ob's das war? Ich glaube nicht, ne? Ich hoffe, ich hab' trotzdem Gänsehaut, ne? Was mach' ich hier nun? Oder muss ich hier irgendwas machen? WTF? Was mach' ich in diesem... Vielleicht muss ich ganz langsam gehen? Keinen Schimmer, ne? Ja, ich dreh mich mit euch mit, ne? Stehenbleiben. Alternative. Stehenbleiben. So, Leute. Bevor ich das jetzt in die Länge ziehe, werde ich kurz googeln. bis... Bis, 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 bis... Gleich. Yo. Willkommen zurück. Ja, ich hab' gerade nachgesehen. Wir müssen hier... Von Ecke zu Ecke laufen, bis wir quasi ein Bild sehen, was... heruntergefallen ist. Das müsste dann hier irgendwo sein. Nehme ich mal an. Aber das ist... Ich bin mir nicht sicher, ne? War hier einer so runden? Nö, ne? Hm. Hallo? Ist hier ein Bild herunten? Ne Taschenlampe wäre natürlich auch vom Vorteil hier, ne? Hm. Ah! Glorior? Ein Loh. Ein Loh. Hallo? Hallo? You got fired so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part time job working in a grocery store cash register. The only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember right? Exactly 10 months back. WTF? Here is not the child. In the front looks normal. Yes! Yes! I would say... ... 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 Meine Güte. So. From hell. Jo, sieht eigentlich alles wieder normal aus, ne? Die Tür ist aber zu, ne? Hoh! Okay. Hoh! Ich hab nichts getan, warum? Macht ihr mir ein Bild kaputt? Nee, hört auf, wirklich. 204863 2048 204863 204863 204863 204863 204863 Was passiert jetzt? 204863 W- Kaputt. Kaputt gemacht. Passen Sie auf, der Spalt unter der Tür, das ist eine andere Realität. Das Einzige, ich bin ich. Sind Sie wirklich das Einzige, Sie? 2048 Ja, da ich, wie gesagt, schon in Foren unterwegs war. Ja, du kleine Kartoffel, sagst du. Jo, 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 du kleine Kartoffel, sagst du. Weiß ich natürlich, dass es ein Endvideo gibt und das versuche ich jetzt irgendwie zum Ausflüten, ne? Man muss das Kind irgendwie zum Lachen bringen. Irgendwie. Aber es gibt eine grüne Welt auch, ne? Okay, ich warte jetzt hier mal und hoffe, dass das stimmt. Dass hier jetzt der Wecker umschält, um, umschält, wollt. Ja, umschaltet. Dass der, dass die Uhr weiterschaltet auf 12 Uhr, dann müsste irgendwie das Telefon klingeln, dann kommt der Pizzamann, keine Ahnung. Wir warten jetzt kurz. Ja, wenn ihr wollt, kann ich das erst aufgenommene zusammenschneiden. Also die Höhepunkte, wo es mich natürlich schreckt, kann ich zusammenschneiden in ein Bonusvideo. Wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. Ist auch dann ein paar Szenen dabei, die wir jetzt nicht gesehen haben. Warum auch immer. Warum auch immer. succeed. Oh my. Ihn unfinishedes. Aber... Und... Und... Leute! Leute! Oder nicht? Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter und schauen wie dann die Uhr auf der anderen Seite aussieht. Geht wieder nicht durch, ne? Eine Tür einbauen und dann kommt man nicht mal durch, das ist schräg.